Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Great. Wir haben heute einen Gasgrill im Härtetest von einer Marke, die die meisten von euch sehr wahrscheinlich noch nicht kennen. Das allerdings vollkommen unberechtigt. Denn der Allgrill Chef L Modular, der kann alles, was alle anderen Hersteller auch bieten und darüber hinaus noch viel mehr. Der hat Features, die sind einmalig auf dem gesamten Markt. Was das alles ist, was der kann, ob der nachher sein Geld wert ist und noch vieles, vieles mehr, klären wir alles in diesem Video. Los geht's! Wie alle meine Videos ist auch dieses Video hier in mehrere Kapitel unterteilt und ihr könnt unten in der Timeliste einfach immer schauen, welches Kapitel euch am meisten interessiert und immer an die Stelle springen, wo ihr gerade hin wollt. Starten wir also mit all den Varianten, die dieser Grill hier bieten kann. Denn die Grillvariante hier heißt Chef L Modular und der Grill macht seinem Namen alle Ehre. Wir haben 144 unterschiedliche Varianten, wie ihr diesen Grill hier nutzen könnt. Ja, ihr habt richtig gehört. Und jetzt gehen wir das mal im Schnelldurchlauf durch. Den Allgrill Chef gibt es als Zweibrenner, Dreibrenner, Vierbrenner oder Sechsbrenner. Alle Grills aus Edelstahl. Das coole ist, es ist ein vollständiger Edelstahl-Grill. Das bedeutet, jedes einzelne Bauteil ist aus Edelstahl. Bis auf eins, da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Und trotzdem gibt es den Grill in einer schwarzen Variante, wie ihr seht. Und das ist Edelstahl. Da gehen wir nachher noch mal näher drauf ein. Das ist nicht beschichtet in irgendeiner Form. Ihr könnt alle Größen des Allgrills Chef mit einem Seitenteil kaufen, wo dann auch direkt ein Seitenkocher drin eingelassen ist, ohne ein zweites. Oder eine zweite Ablage inklusive Hochtemperaturbrenner, also einem Keramikbrenner, der bei Allgrill dann Steak Zone heißt. Schauen wir jetzt in den Grill rein, dann sehen wir im Grill direkt einen Heckbrenner, der standardmäßig im Preis mit drin ist. Dann haben wir entweder Edelstahlroste oder Gussroste oder Edelstahlroste auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Edelstahlplanscher oder Gussroste auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Gusseisenplatte oder noch weiter kombiniert, so wie ihr das eben haben wollt. Jetzt kommt noch ein echtes Highlight dazu und zwar könnt ihr diesen Grill mit einem Umluftsystem kaufen. Air-System nennt sich das Ganze und das hat richtig viele Vorteile. Dazu kommen wir gleich noch im Laufe des Videos. Falls ihr dachtet, mehr geht doch nicht. Oh doch, da geht noch viel mehr. Ihr habt die Möglichkeit für einen Kaltrauchgenerator, für einen Wok-Einsatz in eurem Seitenkocher, für eine Gusseisenplatte auf eurem Seitenkocher oder auf eurer Steak Zone, für eine Pizza-Box auf eurer Steak Zone oder dem Seitenkocher. Für einen Holzkohle-Einsatz innerhalb des Grills. Ihr könnt ihn also als Gasgrill und Holzkohlegrill verwenden. Und das war immer noch nicht alles. Ihr seht jetzt mal ein paar schöne Videoaufnahmen, was hier alles mit dem Grill möglich ist. Und das war immer noch nicht alles. Ich verlinke euch natürlich unten in der Videobeschreibung den Link zum Hersteller, auch noch mal in den unten ersten angepinnten Kommentar da reinschauen. Und dann könnt ihr euch noch mal alles on detail anschauen und auch gucken, ob es eventuell in eurer Nähe einen Händler gibt, der diesen Grill hier vertreibt und euch den auch mal live anschauen. Jetzt haben wir uns einmal fast alles angeschaut, was dieser Grill zu bieten hat. Und jetzt wird es noch geiler, denn wir schauen uns die Umsetzung an, wir schauen uns die Materialqualität an und wir werden natürlich auch ein bisschen was grillen und schauen, was der hier für eine Leistung an den Tag legt. Kapitel 2, Qualität. Hier fangen wir ganz nüchtern an und starten einmal bei den Rollen unten und arbeiten uns nach oben hoch. Und bei den Rollen haben wir hier Standard-Gasgrillrollen. Ihr wisst, Rollen sind bei Gasgrills immer ein Kritikpunkt, aber zu den Kritikpunkten kommen wir im Laufe des Videos nochmal. Den Unterbau könnt ihr kaufen entweder mit zwei Türen oder auf der einen Seite einem Schubladensystem. Es passt eine 11 Kilo Gasflasche hier rein und die darf auch während des Betriebes genutzt werden. Und in der schwarzen Variante sind hier alle Türen und Schubladen ebenfalls schwarz. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch gleich, wenn wir über den Deckel reden. Was ich besonders geil finde, ist die Türen und die Schubladen haben eine Soft-Close-Funktion und die Fettwanne ist hier oben, ohne die Türen öffnen zu müssen, nach vorne entnehmbar. Eine Etage höher fangen wir mit den Seitenteilen an und die sind beidseitig abklappbar. Das Besondere ist aber, die sind dann nachher nicht offen wie bei anderen Gasgrills, sondern ihr habt dafür nochmal eine extra Abdeckung direkt mit dabei. Wie eben schon erwähnt ist das ein vollständiger Edelstahl-Grill. Das bedeutet auch die Grillwanne ist nicht pulverbeschichtet oder lackiert, sondern wir haben hier eine vollständige Edelstahl-Grillwanne. Selbstverständlich auch Edelstahlbrenner. Was die für eine Leistung haben und wie die Hitzeverteilung des Grills ist, das klären wir in einem der nächsten Kapitel. Und darüber haben wir Flammschutzbleche, ebenfalls aus Edelstahl. Und das nicht einfach irgendwie gemacht, sondern doppelwandig. Edelstahl muss sein meines Erachtens. Doppelwandig soll nochmal eine viel bessere Hitzeverteilung bringen. Und das werden wir uns gleich dann nochmal im Härtetest anschauen, ob das wirklich so ist. Als Roste habt ihr wie gesagt die freie Wahl. Gusseisen, Edelstahl, was auch immer. Edelstahlrost mit 6 mm, Gusseisen schön massiv, beidseitig verwendbar. Also auch hier bleiben keine Wünsche offen. Selbstredend ist natürlich auch das Ablagerost hier massiv genug mit 4 bis 5 mm. Das Besondere ist jetzt aber auch noch, ihr könnt den Gasgrill ja nicht nur als Gasgrill verwenden, sondern auch als Holzkohlegrill mit einem Holzkohle-Einsatz. Und dann habt ihr nochmal eine extra Abgrenzung dazwischen. Und diese Abgrenzung könnt ihr benutzen auch ohne den Holzkohle-Einsatz. Und könnt damit noch besser indirekte Zonen auf diesem Grill hier einrichten. Jetzt fehlt nur noch die Haube. Und bevor wir darauf eingehen, warum das schwarzer Edelstahl ist und warum das besonders geil ist, klären wir einmal die Qualität der Haube. Denn die ist nicht nur hier doppelwandig, sondern auch an den Seitenteilen. Und das ist etwas, das findet man wirklich in der Regel nur in der Premium-Klasse. Hat den Vorteil, dass wir hier einfach nochmal mehr Hitze speichern können und eine noch konstantere Temperatur haben. Thema schwarzer Edelstahl. Ich bin ein großer Fan von Grills, die schwarze Elemente haben. Denn rein Silber bei einem Grill ist mir so ein bisschen zu langweilig. Ich finde, das sieht so ein bisschen altbacken aus. Ich möchte damit jetzt aber keinen angreifen, wenn ihr davon Fan seid. Ich kann es verstehen, ich bin ein großer Fan von Edelstahl als Material. Aber rein Silber ohne irgendwelche Akzente, das gefällt mir bei einem Gasgrill meist nicht so gut. Deswegen entscheide ich mich häufig gegen Qualität und für die Optik. Aber das muss man beim Allgrill eben nicht machen. Denn diese schwarzen Elemente hier, die sind Edelstahl. Und der Edelstahl wurde dafür brüniert. Letztendlich ist das eine Oxidation von Edelstahl an der obersten Schicht. Und das ist bei Edelstahl besonders aufwendig, weil Edelstahl ja eigentlich nicht so gerne oxidiert. Hat aber einen großen Vorteil, denn das wirkt ähnlich, wie wenn man Edelstahl einbrennt. Das bedeutet, das ist eine Art Schutzschicht. Und zusammen mit einem Edelstahl-Pflegespray oder auch ein bisschen Öl ist das hier die perfekte Schutzschicht gegen weitere Oxidation des Edelstahls. Bedeutet, der sieht nicht nur geiler aus, der ist auch noch langlebiger als Edelstahl, das ohnehin schon ist. In Kapitel Nummer 3 gehen wir jetzt einmal auf die Leistung ein, auf die Hitzeverteilung und auf die Grillergebnisse. Jeder unserer vier Hauptbrenner hat jeweils 3,5 kW Leistung. Genauso wie auch der Heckbrenner und hier unsere Steakzone. Der Seitenkocher verfügt über 3,2 kW Leistung. Und da muss ich sagen, das finde ich positiv, dass der ein bisschen schwächer ist. Denn bei vielen Gasgrills hat der noch mehr Leistung als die Hauptbrenner. Und das zu Unrecht, denn damit etwas warm halten ist dann meistens schon nicht mehr möglich. Hiermit ist das dann nachher möglich. Die Leistung auf dem Papier ist sehr gut, sagt aber noch nicht viel über die Hitzeverteilung und über tatsächliche Brandings an unserem Grillgut aus. Allerdings in Verbindung mit den Flammschutzblechen glaube ich, dass wir hier viel erwarten können. Und das schauen wir uns jetzt mal mit der Wärmebildkamera an, mit Toast-Tests an. Und wir werden natürlich auch noch mal Steaks vergrillen, sowohl auf dem Holzkohle-Einsatz als auch hier auf unserer Grillfläche und unserer Steakzone. Damit wir das jetzt jedoch machen können, müssen wir den Grill einmal vollständig ausbrennen. Das bedeutet einmal voll hochheizen. Wir schauen uns die Deckeltemperatur an und dann wird gegrillt. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wärmebildkamera hat eine ganz klassische Hitzeverteilung für einen Gasgrill dargestellt. Die ist nicht besser, nicht schlechter als bei vergleichbaren Modellen. Allerdings ist aufgefallen, dass die Maximaltemperatur hier am Rost im Innenraum bei deutlich über 400 Grad lag. Und das ist wirklich ein Spitzenwert. Der Toast-Test hat das Ganze nochmal bestätigt. Das heißt, wir haben über den Brennern so ein paar heißere Zonen, dazwischen ein paar nicht ganz so heiße Zonen. Aber dieser Temperaturunterschied, der hält sich in Grenzen. Denn das Grillen damit hat richtig Spaß gemacht. Hähnchen, alles über die gesamte Grillfläche verteilt, ist sehr gleichmäßig gar geworden, hat gleichmäßige Röstaromen bekommen. Ein Steak, was ich hier im Innenraum gegrillt habe, an verschiedenen Zonen, hat ein richtig schönes Branding bekommen. Also da kann ich überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Und das Steak auf der Steakzone, sowieso ideal geworden. Also eine richtig schöne Kruste auf der Platte und auf der Griddle Plate nochmal ein richtig schönes Branding bekommen. Auch Beilagen haben wir parallel hier drauf gemacht. Der Grill bietet unfassbar viele Möglichkeiten. Ihr könnt damit nicht nur eine Familie verköstigen, ihr könnt damit eine ganze Grillparty schmeißen. Vor allem mit dem, was an Zubehör alles dabei ist. Natürlich ist ein Grill nicht in allen Aspekten nur toll. Jeder Grill hat auch hier und da seine Schwächen. Und darauf gehen wir gleich ein. Vorher möchte ich aber noch dieses R-System, was hier wirklich einzigartig ist, ein bisschen genauer erklären. Was ich mir vorstelle, was man damit alles machen kann. An dieser Stelle einmal ein ganz herzliches Dankeschön an über 70.000 Menschen, die in den zwei Jahren, wo wir diesen Kanal jetzt hier betreiben, mittlerweile den Weg zu uns gefunden haben. Und wie sich mein Leben in diesen zwei Jahren hier verändert hat, zum Positiven natürlich, das kann ich manchmal immer noch nicht so richtig fassen. Und deswegen da ein ganz dickes Dankeschön an euch. Die Community, die wir uns hier aufgebaut haben, wie harmonisch es in den Kommentaren zugeht, wie viele Mitglieder wir mittlerweile in unserer Facebook-Gruppe haben, wie viele Leute mir mittlerweile auf Instagram folgen und auch ein paar Storys sich angucken, hier von Videodreh, wie ich privat grille und so weiter. Wie viele Leute Interesse generell an mir, an dem Kanal, an dem Grillen haben, wie viele Leute wir mittlerweile motiviert haben, selber zu grillen. Die ganzen Fragen, die ich bekomme, all der Support, eure Spenden, eure Einkäufe bei uns im Shop und so weiter und so fort. Es ist einfach unfassbar, was hier entstanden ist. Treue Zuschauer wissen, ich weiß das zu schätzen und ich versuche immer mein Bestes, um euch das zurückzugeben. Die 100.000 Abonnenten sind jetzt in greifbarer Nähe und wir könnten das vielleicht sogar noch dieses Jahr schaffen. Also wenn ihr Bock habt, Teil dieser geilen Grill-Community zu werden, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefällt, dass ihr dem Video ein Like und einen Kommentar da lasst. Also Kapitel Nummer 4, das R-System. Das ist ein Umluftsystem im Gasgrill. Hört sich jetzt erstmal an, als wäre das etwas Unnötiges. Das ist es aber meines Erachtens nicht, denn es ermöglicht uns viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine verdammt niedrige Garraumtemperatur und eine verdammt gleichmäßige Garraumtemperatur und damit verbunden eventuell sogar gassparenderes Grillen. Warum? Wir können jetzt nur einen einzigen Brenner anmachen, auf einer Seite. Egal, ob wir einen 2, 3, 4 oder 6 Brenner haben. Mit einem Brenner können wir es normalerweise bei einem Gasgrill nicht schaffen, eine indirekte Zone aufzubauen, sodass wir überall eine gleichmäßige Hitze anliegen haben. Zusammen mit einem Umluftsystem funktioniert das aber. Das bedeutet, ihr macht bei eurem 4- oder 6-Brenner oder auch schon bei einem 3-Brenner einen einzigen Brenner an. Dreht den auf kleinste Stufe, habt dann eine Deckeltemperatur von bei einem 6-Brenner vielleicht sogar unter 60 Grad, bei einem 4-Brenner irgendwie 60 bis 80 Grad, deutlich unter 100 Grad. Mit dem Air-System, also dem Umluftsystem zusammen, habt ihr aber diese Temperatur im gesamten Grill verteilt. Ihr könnt also Steaks jetzt so schonend garen und alles andere natürlich auch, als wenn ihr ein Steak zum Beispiel auch Sous-Vide gart. Dadurch, dass ihr dann nur einen Brenner anhabt, habt ihr natürlich weniger Gasverbrauch und trotzdem eine viel gleichmäßigere Hitze, als wenn ihr selbst zwei Brenner anhättet. Und denkt mal nicht nur daran, ein Steak gar zu ziehen, sondern denkt vielleicht auch mal daran, wenn ihr smoken wollt. Beim Smoken gilt, je niedriger die Garraumtemperatur, desto mehr Rauch nimmt euer Grillgut an. Und manchmal hat man bei Gasgrills das Problem, vor allem wenn es dann nicht ein 6-Brenner ist, sondern ein 4-Brenner oder 3-Brenner, dass ich mit zwei Brennern deutlich über 100, eher sogar über 120 Grad liege. Und dann macht Smoken nicht mehr so viel Sinn. Dafür brauche ich also eigentlich eine niedrigere Temperatur. Und mit so einem Umluftsystem wird das erst so richtig möglich. Und dafür gäbe es jetzt noch viel mehr Beispiele. Ihr könnt extrem low and slow grillen und so weiter und so fort. Wenn ihr das alles sehen wollt, wenn euch das interessiert, dann ein Abo dalassen. Das werden wir demnächst hier auf dem Kanal mit dem Grill mal austesten. Kommen wir jetzt zu Kapitel Nummer 5, und zwar all die Kritikpunkte, die ich so gefunden habe. Und da muss ich sagen, ich kritisiere jetzt hier zu 99 Prozent auf extremst hohem Niveau. Ich könnte diese Kritikpunkte auch einfach weglassen, weil manchmal muss man sich schon überlegen, ist es nicht unfair, einem Hersteller gegenüber ein paar Punkte zu erwähnen, die man vielleicht noch besser hätte haben wollen, obwohl sie eigentlich schon ganz gut umgesetzt sind, nur weil man sonst nichts anderes findet. Ich versuche das hier aber wie immer konstruktiv zu verpacken, so dass es nachher nicht für irgendeine Seite unfair ist. Ich möchte aber natürlich für euch trotzdem das alles benennen, damit ihr am Ende entscheiden könnt, ist der Grill was für euch oder vielleicht auch nicht. Beim Aufbau für einen Gasgrill solide aufzubauen, gar kein Problem. Die ein oder andere Stelle, die ein oder andere Schraube ist manchmal ein bisschen fummelig, wenn man so ein paar grobmotorische große Hände hat wie ich, dann kann das hier und da ein bisschen fummelig sein, die eine oder andere Schraube reinzudrehen. Und bei diesem Modularsystem ist es bei der Standardanleitung vergessen worden oder zumindest ist es nicht so gut kommuniziert, dass man für bestimmte Dinge, die man sich für den Grill dazu kauft, ein paar Schritte vorher unterbrechen muss. Das heißt, man baut den Grill auf, hat dann noch ein Schubladensystem dabei und merkt dann erst, nachdem man den Grill aufgebaut hat, dass man einiges wieder abbauen muss, damit man überhaupt die Schubladen einsetzen kann. Aber das ist wirklich etwas, das stört natürlich am Anfang beim Aufbauen, beim ersten Mal. Im Nachhinein spielt das überhaupt keine Rolle. Und so wie der Grill dann dasteht, habt ihr eben den Spaß auch damit. Kritik am Material fällt mir besonders schwer, weil hier ist alles aus Edelstahl, außer ein einziges Teil, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und dieser Edelstahl ist auch noch schwarz brüniert. Dieser Deckel hier, der sieht aus, als wäre der aus einem Teil. Hier gibt es keine Kanten. Auch auf der Innenseite habt ihr letztendlich keine Nieten und so weiter. Das heißt, ihr könnt den wunderbar reinigen. Das ist richtig gut durchdacht, der ist beidseitig doppelwandig. Alle Materialstärken hier sind so solide, dass ich sagen würde, dieser Grill, da gibt es eigentlich keinen Grund, warum der kaputt gehen sollte. Auf viele Bauteile gibt es 10 Jahre Garantie, auf andere Bauteile zumindest 5 Jahre Garantie. Und deshalb gibt es auch da keinen Kritikpunkt. Allerdings hat diese schwarze Beschichtung hier, dieses brünierte, auch einen kleinen Nachteil. Und zwar ist ja immer nur die Oberfläche des Edelstahls hier oxidiert. Das bedeutet, wenn man jetzt hier von was wegschleifen würde, wäre das da drunter wieder Silber. Und wenn wir uns jetzt überall die ganzen Kanten angucken an dem Grill, dann haben wir natürlich all dort etwas, was gebogen wurde, beziehungsweise geschliffen wurde, vor allem an den Türen, an den Schubladen. Und da haben wir natürlich dann silberne Kanten statt schwarz. Wenn das Ganze lackiert wäre, wäre es dann einheitlicher. Ich muss aber sagen, hier ist Qualität hochgesetzt. Und ob das dann da an den paar kleinen Stellen Silber ist oder nicht, finde ich optisch eigentlich auch gar nicht schlimm, weil ich weiß, dass ich hier einfach ein Materialmonster stehen habe. Und das ist einfach umsetzungstechnisch nicht anders möglich. Aber ihr solltet natürlich wissen, dass das bei dem Grill so ist. Das eine Bauteil, was nicht aus Edelstahl ist, was ich angesprochen habe, das ist aus lackiertem Stahl. Und das ist am Unterboden unten drunter eine Querstrebe. Die ist lackiert, die ist nicht aus Edelstahl. Muss ich jetzt sagen, an sich ist das komplett egal. Also es ist wirklich vollständig egal. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen inkonsequent. Aber ich muss auch sagen, es wird keinen stören. Der Grill wird dadurch auch nicht nur einen Monat weniger lang leben. Also da braucht man sich keine Gedanken drum machen. Trotzdem, warum? Warum dieses eine einzige Teil nicht aus Edelstahl? Kommen wir jetzt zu den Drehreglern. Die sind wertig, die sind griffig, die sind beleuchtet. Was soll man meckern? Ich finde es ganz schön bei Drehreglern, wenn ich die anmache und zünde, dass ich dann hier oben auf Maximum einen Anschlagpunkt habe. Das habe ich hier bei dem Grill nicht. Das wäre jetzt mein Kritikpunkt. Das haben aber viele Gasgrills nicht. Und am Ende stört es auch nicht wirklich. Aber ich habe immer gern die Sicherheit, der ist jetzt auf Max und will nicht immer gucken, ist da jetzt ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu niedrig oder was auch immer. Im Endeffekt ist das nachher egal. Aber für so einen kleinen inneren Monk ist das immer ganz schön. Kritik an den Rosten, obwohl man alle Möglichkeiten hat. Ja, man hat wirklich alle Möglichkeiten bis auf eine. Das Ablagerost ist top. Super stabil, groß genug und so weiter. Genauso groß wie bei anderen Gasgrills. Aber hier hätte ich einen Verbesserungsvorschlag. Das ist jetzt keine Kritik. Das ist nichts Negatives. Ich fände es aber noch geiler, wenn das entweder ausziehbar wäre oder eventuell es noch ein zweites, noch tieferes Ablagerost optional dazu geben würde. Dann hätte ich noch mehr Möglichkeiten. Ein grundsätzlich tieferes Ablagerost hat immer das Problem, dass es mich beim Grillen behindert. Deswegen ist das eine gute Größe. Aber manchmal hat man da einfach zu wenig Platz drauf. Und wenn ich schon so ein Modularsystem habe, dann würde ich mir wünschen, da noch ein ausziehbares Ablagerost für zu entwickeln. Bei den Rosten haben wir Gusseisenplatten, Planchas, Gussroste, Edelstahlroste. Und die Edelstahlroste sind mit 6 mm auch wirklich solide. Allerdings muss ich sagen, mir gefallen bei Edelstahlrosten 8 mm Stäbe deutlich besser, weil die häufig nochmal ein Ticken besseres Branding abgeben. Aber da ist wirklich Kritik auf hohem Niveau. Haben wir hier den Holzkohle-Einsatz drin und da einen Edelstahlrost drüber, dann ist das mit der Dicke egal. Bei einem Gasgrill finde ich 8 mm allerdings besser. Im Unterbau des Grills haben wir die Option für ein Schubladensystem und das ist extrem geil. Warum? Der Platz neben unserer Gasflasche ist somit jetzt kein verlorener Platz mehr, sondern wir haben extremst viel Stauraum in dem Grill. Und wir haben hier wirklich viel Platz pro Schublade, die sind richtig geräumig. Und die haben auch noch ein Soft-Close-System. Aber genau dieses Soft-Close-System ist auch so ein kleiner Kritikpunkt. Ich bin froh, dass es dabei ist. Aber ich muss sagen, ich könnte mir das noch ein bisschen smoother vorstellen, weil ihr seht jetzt, wo ich versuche die zuzumachen. Ich muss wirklich weit reindrücken, bis der dann auch wirklich schließt. Aber das auch hier wieder Kritik auf höchstem Niveau. Ich wollte es euch nur nicht vorenthalten, nicht, dass ihr den Grill kauft und dann sagt, die Schubladen, die habe ich mir leichter vorgestellt. So minimal schwergängig sind die, aber trotzdem sehr praktikabel. Kommen wir jetzt zum Fazit und wer sich diesen Grill kaufen sollte. Wir haben hier einen richtig geilen Grill von einem Grillhersteller, der deutlich bekannter sein sollte. Die sind seit zehn Jahren, erst zehn Jahren im Markt und dafür noch nicht so bekannt, wie ich finde, dass sie es verdient hätten. Die können mit den großen Marken, mit den großen Herstellern alle Male mithalten. Wir haben hier Features in einem Gasgrill, die sind so vollumfänglich, dass wir sogar Features haben, die wir bei anderen Marken absolut gar nicht haben. Wir haben geile Materialien, einen Edelstahlgrill. Wenn ihr Edelstahl mögt und trotzdem eine schwarze Optik mögt, ist es meines Wissens der einzige Grill, den ihr euch aktuell kaufen könnt mit vollständig Edelstahl und schwarzer Haube. Hier und da, ihr habt es jetzt bei den Schubladen gesehen, kann man sagen, von der Verarbeitung würde ich das so ein bisschen gleichsetzen, wie im Automarkt zum Beispiel mit Tesla. Da sind die Spaltmaße nicht so on point perfekt und trotzdem ist das ein geiles Auto. Für alle Autofanatisten, die jetzt sagen, Tesla ist nicht meins, grenzt das davon ab. Die Marke ist natürlich nicht Tesla, aber ihr wisst glaube ich, was ich damit meine. Wer sollte den Grill also kaufen? Jeder, der sagt, er möchte keine Kompromisse haben. Jeder, der sagt, ich möchte meinen Grill über die Jahre upgraden. Ich möchte auch nach zehn Jahren noch Ersatzteile kaufen können. Ich möchte eine relativ lange Garantie haben. Ich will einen Edelstahlgrill, aber trotzdem nicht auf eine schwarze Optik verzichten. Und ganz wichtig, ihr habt natürlich auch dann das Geld dafür. Ihr könnt am Anfang sagen, ihr wollt nicht ganz so viel ausgeben und kauft den Grill in einer Basisvariante. Und könnt dann zu Geburtstag, Weihnachten und weiteren Anleisten entweder euch selbst etwas dazu kaufen oder euch dazu beschenken lassen. Das ist an sich cool. Trotzdem muss man sagen, auch die Basisvariante ist jetzt hier kein Einsteigergrill, sondern das ist wirklich ein Mittelklassegrill, eher der gehobenen Klasse, allerdings auch berechtigterweise der gehobenen Klasse. Denn der ist von den Materialien, von den Features wirklich gehoben, wenn nicht sogar bei Features Spitzenklasse. Im Großen und Ganzen konnte ich hier nur auf allerhöchstem Niveau kritisieren. Und da muss ich sagen, jeder Grill hat seine Kritikpunkte. Und mit diesem Grill macht ihr absolut nichts falsch. Wenn ihr sagt, der Grill ist geil, den wollt ihr haben, ich habe euch den in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem doch gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen netten Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.